Endlich ist es soweit. Zusammen mit unserem Sponsor Huawei beginnt endlich das Studio 71 Bootcamp in der Schweiz. Es gibt drei neue Kandidaten, die ich euch jetzt gleich schon vorstelle, aber die sind halt auch cool und fresh und nice. Das heißt jetzt erstmal anschneiden, vielleicht den Gürtel wieder zumachen zu Hause, wenn ihr vom PC sitzt und genießen. Los geht's mit den ersten drei Kandidaten vom Bootcamp. Hey guys, it's me again with video number three of my beauty series. And we'll see you each other soon. Bye! Hey Leute, ich bin Sam. Bye! Hallo zusammen, wir sind's wieder, eure Junkies und heute mit einer Junkie. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch im Studio 71 Bootcamp im Schloss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.